Neu bei Vox. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie alle haben es. Endlich kapiert! Moderator und Comedian Lutz van der Horst verpasst Deutschland die emotionalsten und skurrilsten Denkzettel. Jetzt passt mal auf. In meiner neuen Show bei Vox überbringe ich die Botschaft so, dass sie der Empfänger garantiert nie wieder vergessen wird. Wir geben alles. Oh mein Gott! Ab morgen wird fürs Abi gelernt. Das ist deine letzte Party! Endlich kapiert! Ab 15. Juli. Subtitelt Vielen Dank.